Bei den Typen aus den letzten Videos, Hektiker und Jammerer, Choleriker und der ungeschickte Eitle, hatte ich immer bestimmte Spieler im Sinn, die mir geholfen haben, den Idealtypus zu skizzieren. Auch viele Zuschauer haben mir berichtet, dass sie bei meinen Beschreibungen immer eine konkrete Person vor Augen hatten, die den jeweiligen Charakter perfekt repräsentiert. Dieser Spieler selbst fühlte sich aber wahrscheinlich nicht angesprochen. Selbstverständlich würde ich die Namen derer, die mich inspiriert haben, hier nie nennen. Aber bei diesem Video habe ich mich entschieden, eine Ausnahme zu machen. Ich finde, die meisten übertreiben es auch mit dem Pochen auf ihre Persönlichkeitsrechte. Was ist mit dem Recht des Zuschauers auf Unterhaltung und seinem Recht auf Spott und Überlegenheitsgefühle? Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon mal getroffen habt, aber es gibt in der Szene einen Ausrüstungsfetischisten, der in seiner Besessenheit schwer zu überbieten ist. Jeder kennt ja den Spruch, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Daran müssen wahrscheinlich die meisten denken, wenn ein Intermediate-Spieler kommt, das größte und teuerste Bord vor sich aufklappt und es mit exklusiven Zubehör drapiert, als stünde er im Finale von Monte Carlo. Bei so jemandem übersteigt das Maß der Profilneurose möglicherweise sogar das des Ausrüstungsfetischismus. So, wer ist jetzt dieser Bauer? Das bin ich, Ausrüstungsfetischist von Geburt an. Bei meinen vorigen Hobbys war es genauso. Pistolen, Revolver, Bogenschießen, Gewichtheben, Motorradrennen fahren, Simracing, Radfahren. Beim Fotografieren und Filmen immer das Gleiche. Die Zeit für die Suche nach dem perfekten Equipment ist absurd hoch. Zu meiner Verteidigung kann ich aber anführen, dass beispielsweise Ton- und Bildqualität dieses Videos nicht so wären, wenn ich nicht zig Mikrofone, Lampen, Kameras und Bearbeitungsprogramme getestet hätte. Ich zeige euch mal, wie das Ganze hinter den Kulissen aussieht. Beim Backgamen trat mein chronischer Perfektionismus selbstverständlich auch sofort zu Tage. In diesem Video ist es mir deshalb unmöglich, so wie üblich, Tipps zu geben, wie man sich von der beschriebenen Krankheit lösen kann. Ich habe das ja selbst noch nicht geschafft. Und schlimmer noch, ich will es gar nicht. Dieses Video wendet sich also eher an Leidensgenossen und wird die Besessenheit der Betroffenen wahrscheinlich verstärken. Denn eigentlich leide ich gar nicht. Im Gegenteil. Jedes Mal, wenn ich meinen Koffer aufklappe, freue ich mich ob der Gegenstände, die ich darin finde. Was menschliche Weiterentwicklung angeht, ist in diesem Video also nichts zu holen. Aber ich hoffe, es ist etwas für die noch nicht so fahrenden Turnierspieler dabei. Die werden es möglicherweise schätzen, wenn ich ihnen erkläre, wo sie Geld sparen können und wo ich eher nicht sparen würde. Ich erzähle etwas zu Boards, Uhren, Spielstandsanzeigern, Würfeln, Würfelbechern, Würfeltürmen, Verdopplerwürfeln, Spielsteinen, Lampen, Videokameras, Kopfhörern und zum Schluss gibt es auch noch Tipps zum Transkribieren. Kurz, es wird das umfassendste Backgam-Ausrüstungsvideo auf YouTube. Ach, was sage ich, auf diesen ganzen Planeten, vielleicht im ganzen Universum. Ich bin sicher, am Ende wird keiner Verwahrung einlegen gegen diesen Superlativ. Beginnen wir mit dem Brett oder eigentlich Koffer. Und wenn ich mir meinen Koffer anschaue, dann muss ich immer an die für mich lustigste Szene in Titanic denken. Da wird der Erbauer gefragt, wie er denn auf den Namen des Schiffes gekommen sei. Und er schwadroniert darüber, dass Größe, Stabilität bedeute, Luxus und vor allem Stärke. Rose fragt ihn anschließend, ob er Freud gelesen habe, weil dessen Gedanken über die männliche Besessenheit, was Größe angehe, ihn bestimmt interessieren würden. Und der antwortet, Freud? Wer ist das? Ein Passagier? Falls es die Szene bei YouTube noch gibt, verlinke ich sie hier. Manche gehen ja so weit zu behaupten, dass ich die Bordgröße reziprok proportional zur Größe des besten Stückes des Bordbesitzers verhalte. Mir ist aber keine belastbare Studie bekannt. Ich bestelle mir trotzdem ein kleineres Bord. Nicht, dass da irgendjemand auf falsche Gedanken kommt. Ach so, ich wollte ja mal die Kapitelmarker von YouTube ausprobieren, sodass man schnell zu den einzelnen Ausrüstungsgegenständen springen kann. Außerdem kann ich dann immer schön vorher alles aufbauen. So, zack, Schnitt und Schwarzblende. Im Folgenden jetzt also meine Gedanken zu Begemmenboards. Ich habe dieses Dresenboard, das war ein Hersteller, der hieß Werner Dresen, ich glaube vor knapp 30 Jahren gekauft. Ich hatte zuerst die kleine Variante. Es gibt so zwei Größen, nämlich die mit den 50 mm Steinen und die mit den 45 mm Steinen. Und irgendwie schien mir das damals nicht groß genug. Dann habe ich das leider verkauft, das kleinere Bord und mir hier das größere gekauft. Und man sieht daran, wie in welchem Zustand das noch ist, dass ich eben immer da gewohnt habe, wo kein Mensch Begemmen spielt. Und deswegen wahnsinnig wenig Begemmen gespielt habe und erst vor einem guten Jahr wieder angefangen habe. Aber auch die Boards, die alt sind, die halten sich immer ziemlich gut. Der Werner Dresen, der hat das echt sehr, sehr handwerklich geschickt gebaut. Vor kurzem habe ich jetzt erfahren, dass der inzwischen gestorben ist. Gemmener hat, ich glaube, von ihm die Pläne oder so bekommen und eben sehr, sehr genau das nachgebaut. Jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass da diese Zacken nicht so ganz sauber eingepasst sind. Ich kann da nichts zu sagen, weil ich habe noch kein älteres Gemmener Board gesehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel heute wählen würde, würde ich nicht nochmal dieses große Board wählen, weil bei Gemmen Galaxy hat das ja so populär gemacht, dass Boards kleiner sein müssen, um nämlich die Übersicht zu wahren. Das heißt, wenn ich vor so einem riesen Board sitze und mit meinen Augen relativ nah dran bin, dann muss ich ja weitwinklig praktisch mit meinen Augen immer um das ganze Board scannen, um nichts zu übersehen. Und wenn das Ganze kleiner ist, dann überblicke ich mit einem Blick das ganze Brett. Und es passiert ein bisschen seltener, dass man irgendwie sich hier fokussiert und ganz vergisst, Mensch, da hinten stehen ja ganz viele Plotts rum, da muss ich ja hier ganz anders spielen. Oder jetzt auf einmal kann ich laufen und ich bin irgendwie hier beim Board bauen konzentriert. Und ich habe in Hamburg bei meinem letzten Turnier mal das ganze Turnier auf einem Galaxy Board gespielt. Die haben also die kleineren Steine, die sind sogar noch ein bisschen kleiner, minimal 44,5 Millimeter, glaube ich. Aber deren Verkaufsargument ist folgendes. Die bauen die Boards nicht so, dass sie hier wie bei mir zwölf Steine übereinander passen. Dadurch wird es ja auch tiefer, sondern auch nicht elf, was normalerweise immer so die Alternative ist, dass es dann praktisch so viel kleiner als wäre, sondern bei denen sogar nur zehn und ein klein bisschen. Das heißt, in dem Moment, wenn einer 6,5 spielt, muss der schon anfangen, die Steine zu stapeln. Aber macht das Board natürlich wahnsinnig kompakt in dieser Tiefe hier. Ich würde, wenn ich heute wählen würde, mir das Ganze mit elf Steinen so anfertigen lassen. Gibt es auch bei diesem großen Board bei Gemminer, dass man das eben ein bisschen weniger tief baut und trotzdem die großen Steine haben kann. Das mit den Steinen ist einfach so, wenn man große Hände hat, dann ist das schon schön, so etwas in der Hand zu haben. Aber wie gesagt, die Übersicht leidet da so ein bisschen. Und jetzt ist noch folgendes Problem. Wenn ich mir jetzt ein Board bauen lasse, was eben auf die kleineren Steine gemünzt ist und ich mich für elf Steine entscheide, dann wird der Teil hier in der Mitte natürlich sehr schmal. Das heißt, man hat dann nicht mehr hier so schön irgendwelche Klappen, wo man Sachen unterbringen kann, Würfel und so. Und dann würde man zum Beispiel auch die Uhr hier nicht mehr unterbringen können. Oder meine Spielstandsanzeige kann ich dann hier nicht mehr unterbringen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wäre es schlau, die Steine gar nicht so anzuordnen hier übereinander. Also wenn man die dann abträgt, dass sie praktisch so da reinkommen. Sondern, dass man die, wie beim Galaxy Board, in Fünfergruppen horizontal da reinsteckt. Hat noch den Vorteil, dass man schneller sehen kann, wie viele Steine hat denn der Gegner schon ausgespielt. Kommt ja häufig vor, dass man das zählen will. Und wenn jetzt hier acht, neun übereinander stehen oder so, dann ist das sehr schwer zu zählen. Wohingegen, wenn ich dann fünf habe und in dem anderen Fall sind vier, dann sehe ich das ein bisschen schneller. Und wenn man dann fertig ist und baut wieder auf, dann hat man eben immer Fünferpakete. Und da will man ja, und hier will man ja genau fünf hinstellen, sodass das auch ein bisschen schneller geht. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, aber das Rausnehmen ist nicht ganz so einfach. Weil man muss sie dann halt 90 Grad drehen. Und eben, wenn fünf voll sind, dann sagen wir mal, man hat vier abgetragen, hat jetzt noch zwei weitere. Dann muss man einen in das eine Feld und den anderen in das andere Feld stecken. Einen Tod muss man da halt sterben bei dieser Frage. Aber wenn die eben so angeordnet sind und ich jetzt hier drei Stapel A5 habe, dann nehmen die Steine nicht so viel Raum in Anspruch. Das heißt, in der Mitte entsteht wieder ein bisschen mehr Platz. Und dann kann man da seine Uhr hinbekommen, wenn das so eine kleine ist, zu den Uhren, dann später mehr. Ja, dann ist noch die schöne Idee von Backgammon Galaxy gewesen, dass sie diese Spielflächen austauschbar machen. Das heißt, die werden diesen magnetisch, die Holzbretter, unter denen das ist, und dann kommen da so magnetisch die Spielfelder rein. Und für, ich glaube, 100 Euro kann man sich da immer andere Farben dann suchen. Und die Steine kann man ja sowieso austauschen, sodass wenn man das irgendwann sich übergesehen hat, und dass man da einfach andere Farben bildet, das wäre jetzt hier ein riesiger Aufwand. Da müsste man das ganze Board auseinanderreißen und so, und wäre ein großer Umbau. Das gefällt mir, aber ich habe dann bei dem Tagspielen gemerkt, mir ist das mit Holz hier an der Seite, das sind ja die Galaxy Boards, die sind hier mit Holz gemacht, einfach zu laut. Das geht ganz gut, wenn der Gegner sich auch um leises Spiel bemüht. Das sind dann nicht gerade die Hektiker. Man merkt es immer daran auch, wie die Leute die Uhr drücken. Es gibt halt so Leute, die knallen da immer drauf, und das sind auch die, die ihre Steine immer da so ranknallen. Viele finden das auch total schön, dieses Geräusch. Das hat sowas wie im türkischen Bazar, da wird ja auch immer so aus der Hand gespielt, mit Holzbrettern gespielt und so. Und dann hat das so diesen Sound, wie man es mit Begemmen verbindet. Aber mir ist es einfach auf Dauer zu laut gewesen, den ganzen Abend dieses Geknalle, da klingeln mir die Ohren. Mit Kopfhörer geht das dann schon, aber ich will auch nicht darauf angewiesen sein, den ganzen Abend den Kopfhörer zu tragen, weil wenn es im Sommer heiß ist, dann will man den auch mal zwischendurch absetzen. Wenn es zum Beispiel die Musik gerade nicht nervt oder es jetzt nicht gerade mal ein Nachbar hat, der die ganze Zeit jammert und redet und so, dann setze ich mir den immer auf. Also bei mir geht das immer hoch und runter mit dem Kopfhörer. Und deswegen werde ich mir mein kleineres Board der Übersicht wegen auch eher bauen lassen und das hier so klassisch gepolstert haben. Ja, das ist eigentlich alles zum Thema Boards, was mir einfällt. Als nächstes werde ich dann was erzählen über... Wenn man das erste Mal anfängt, Turniere zu spielen, dann wird man mit der Uhr konfrontiert. Als ich damals gespielt habe, war das noch üblich ohne Uhr. Also da kannte man gar keine Uhren, war es üblich sogar bei den Weltmeisterschaften ohne Uhr zu spielen. Und da haben so Matches dann auch schon mal sieben Stunden gedauert, weil jeder konnte einfach so lange nachdenken, wie er wollte. Und das hat sich dann irgendwann geändert. Und jetzt, als ich vor gut einem Jahr wieder angefangen habe, musste ich mich auch erst mal damit anfreunden und erinnere mich noch genau, wie ich dann da das erste Mal in Berlin stand und dachte, Mann, was für ein Stress, wenn da die Zeit läuft. Weil, wenn die Zeit abgelaufen ist, die man bekommt, in Berlin beispielsweise bekommt man pro Punkt, um den man spielt, zwei Minuten. Das heißt, wenn man sieben Punkte Match spielt, kriegt man 14 Minuten. Und eine sogenannte Delay-Zeit. Das heißt, für jeden Zug nochmal extra dort zehn Sekunden. Standard ist eigentlich eher zwölf Sekunden. Und da hatte ich ganz schön Stress dann das erste Mal. So, wenn man sich jetzt eine Uhr kauft, da gibt es welche für 20 Euro. Die tun es natürlich. Also hier diese, ich weiß jetzt nicht, wie das Modell aus China, Made in China, steht hinten drauf, wie das heißt. Das ist sogar insofern sehr schön, als dass es A klein ist, dieses Modell. Und zweitens, einen sehr angenehmen Drücker hat hier, der so hin und her geht. Das gefällt mir gut. Und auch das Geräusch. Ich habe mal eine Weile Tastaturen für mich selber gebaut. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn ihr die Videos anschaut, wie viel Wert die Leute darauf legen, dass dieses Geräusch vom Tippen einen ganz bestimmten Ton hat. Und da muss man dann die Materialien wählen und die Dämpfung, was da reinkommt in das Board und so. Und selbst als jemand, der da jetzt sehr geschult ist, finde ich dieses Geräusch von dieser 20 Euro Uhr ganz angenehm. Und auch, die hält das aus, wenn man da drauf knallt. Ja, man hört schon, es wird dann ein bisschen unangenehm laut. Dazu gleich noch ein bisschen mehr, was man dann macht, wenn man so Leute hat, die immer knallen auf die Uhr. Aber der große Nachteil von dieser Uhr ist folgender. Wenn man jetzt hier drauf drückt, dann sieht man, dass die, Moment, ich war auf Pause. So, das ist jetzt die Zeit, die derjenige hat. Und man sieht, während die Delay-Zeit läuft jetzt hier, die Gesamtzeit nicht. Und das hat mich wahnsinnig gestört, weil ich gucke auf die Uhr und denke jetzt, ja, kann ich jetzt überhaupt über den Zug noch lange nachdenken, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Und gucke mir die Delay-Zeit an und muss dann eventuell zwölf Sekunden warten, bis endlich das dann rüberspringt auf die andere Anzeige. Also nochmal so, nichts zu erkennen, ich weiß nicht, warum die das so machen, aber es ist halt bei vielen Uhren leider so, selbst bei den teureren Modellen häufig. Und die Delay-Zeit gibt es halt beim Schach nicht. Und dann haben die da keinen Fokus auf Backgammon oder so. Und jetzt ist dann eben umgesprungen. So, deswegen habe ich dann lange gesucht nach einer Uhr, die beides anzeigt. Und dann gibt es welche, wie zum Beispiel diese hier. Die haben auch noch den Vorteil, dass sie einfacher zu programmieren sind. Und die programmiert man mittlerweile mit einem Handy. Da gibt es eine App und die ist immer sehr einfach, da steht alles ganz klar drauf. Wenn man so eine Uhr hat, die nur zwei Knöpfe hat und man muss dann immer rechts drücken, links drücken, dann die Mitte und so, da kenne ich jede Menge Spieler, die können ihre eigene Uhr nicht bedienen. Die müssen immer, wenn die umgestellt werden will, rumlaufen. Sag mal, weißt du, wie man diese Uhr hier programmiert? Da gibt es so ein Modell, das hat so Digitalanzeigen, meist in blau. Übrigens so ein kleiner Nachteil von der Uhr ist auch, wenn man das mit Video filmt, dann blinkt die die ganze Zeit. Hier diese LED-Anzeigen sind angenehmer, die sehen auch auf Video dann normal aus. So, und wenn man das mit dem Handy programmiert, dann führt man das Handy nur in die Nähe und dann kann man das sofort umprogrammieren. Ist auch für Leute, die Turniere organisieren praktisch, wenn die die Uhren zur Verfügung stellen. Dann brauchen die nämlich nur ein Handy und dann laufen die rum und berühren einmal die Uhr und dann sind die alle gleichgestellt. Sonst ist es auch immer ein Riesenaufwand. Bei dieser Uhr hier, die heißt Tab and Set, glaube ich, ist mehreres noch angenehm. Die hat nämlich den Pausenschalter, der jetzt zum Beispiel bei dieser Uhr hier in der Mitte ist, den Pausenschalter hinten. Jetzt kann man sagen, was soll das denn? Das ist ja schwieriger, den zu finden. Ja, aber dadurch kriegt man Platz, um den Würfel hier hinzulegen. Denn wenn man links eine Bafflebox hat, also einen Würfelturm, und rechts die Uhr hinzinstellt, dann fragt man sich immer, wohin mit dem Würfel, wenn er in der Mitte liegt. Und das ist ja blöd, wenn der irgendwo versteckt neben dem Board liegt, dann denkt man da nicht dran und so. Deswegen, hier gibt es dann auch noch so einen Gummiaufkleber, den man da drauf machen kann. Dann liegt der Würfel immer hier und stört nicht. Und man kann trotzdem die LEDs gut sehen und kann dann eben aus der Mitte heraus doppeln. Und hat nur den Nachteil, dass man Pause hier drücken muss. Hier sieht man auch die Delayzeit, die ganze Zeit. Währenddessen, da läuft sie jetzt, so kann man auch die Gesamtzeit eben erkennen. Das finde ich schon sehr, sehr nützlich. So, jetzt ist die Delayzeit abgelaufen, bleibt die da einfach stehen und die andere Zeit läuft weiter. Auch die Knöpfe sind angenehm. Denn da ist jetzt die Alternative, wenn man die Spieler, die so wahnsinnig laut sind, immer ein bisschen zähmen will, dann nimmt man die mit den digitalen Auslösern, wie diese Uhr hier. Die kann man ganz geräuschlos haben. Dann, finde ich, fehlt einem immer so ein bisschen das Feedback. Da muss man immer gucken. Also zum Beispiel auf die Lampe. Läuft die Lampe vom Gegner, wenn ich drauf gedrückt habe. Und dann kann man sie auch so programmieren, dass man dieses Geräusch hört. Dann ist halt nicht mehr ganz so laut los. Aber hier knallt keiner drauf, weil es gibt einfach gar keinen Grund. Das ist die Berührung, die das Ganze auslöst. Und bis jetzt habe ich noch nie jemanden gesehen, der da drauf knallt. Sondern da drückt jeder leise und dann wird das ganze Spiel schon mal ein bisschen leiser. Dann gibt es eine Alternative von Backgammon Galaxy. Die ist eigentlich ganz nett, die Idee. Und zwar kombiniert man das mit seinem Handy. Man kauft eigentlich nur diesen Fuß hier. Der kostet 60 Euro. Und der funktioniert so. Wenn man da drauf drückt, dann kippt das ein bisschen. Und dann kann das Handy ja erkennen. Also die App ist dann kostenlos mit dem Fuß zusammen. Kriegt man dann einen Freischaltcode. Und jetzt ist hier das Schöne, dass man eben auch, das ist eigentlich fast am besten gelöst, die Delayzeit immer sieht. Da da so ein großes weißes Feld ist, ist es fast schon so, dass man das aus dem Augenwinkel heraus erkennen kann, wenn nämlich die Delayzeit abgelaufen ist. Ich habe mir immer gedacht, die perfekte Uhr wäre eigentlich so, dass man zwei Sekunden bevor die Delayzeit abgelaufen ist, ein Signal bekäme. Damit man weiß, na jetzt kostet es mich meine normale Zeit. Weil man möchte halt, wenn man wenig Zeit hat, schnell spielen, aber natürlich nicht so schnell spielen, dass man immer nach einer Sekunde schon drückt. Weil ich habe ja die zehn Sekunden, die gehen ja nicht verloren. Also ich habe keinen Vorteil, wenn ich nach zwei Sekunden drücke, als wenn ich nach zehn Sekunden oder wenn ich zwölf Sekunden Delayzeit habe, nach zwölf Sekunden drücke. Und dann könnte man immer sehr schön in Ruhe noch alles gucken. Jetzt kommt der Piepston, jetzt weiß ich, jetzt habe ich nur noch zwei Sekunden. Okay, jetzt drücke ich. Und hier kann man dann halt so ein bisschen das verwenden, wenn man da aus dem Augenwinkel reinschaut, das irgendwie wahrnimmt. Ah, der weiße Teil hier, zurück nochmal, so zehn Sekunden, der ist weg und jetzt läuft meine normale Zeit. Die lässt sich auch angenehm programmieren, weil die App halt, kann ich alles drauf touchen, das heißt da mal schnell die Uhrzeit zu verändern. Weil man ist ja in einem Turnier häufig so, man schaltet aus, ist in der Consolation, dann wird weniger Punkte gespielt oder so. Oder man fährt zu einem anderen Turnier, da ist die Delayzeit wieder anders. Also eigentlich muss man dauernd seine Uhr programmieren und das ist häufig mühsam. Ich habe jetzt immer Heine, hier diesen Sam-Timer, da habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Aber wenn ich mal ein halbes Jahr nicht spielen würde oder so, dann müsste ich erst mal wieder die lange Betriebsanleitung lesen, um zu wissen, wie stelle ich denn da jetzt eigentlich was anderes ein. So, warum habe ich mich für diesen Timer entschieden? Also erstens finde ich ihn wunderschön, weil der ist richtig solide, das ist alles aus Metall hier geschraubt und ich habe den aufgeschraubt und habe gedacht, meine Frau, ist er auch drinnen total super gemacht. Weil, warum habe ich den aufgeschraubt? Um Magnete zu installieren. Denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja zwei davon, weil die werden jetzt nicht mehr gebaut, dummerweise samtimer.com ist die Internetseite. Man müsste mal gucken, ob es überhaupt noch welche gibt, in schwarz glaube ich nicht mehr, sonst muss man die halt gebraucht kaufen. So, wenn ich den hier so hinlege, dann wackelt die Uhr immer hin und her und dann habe ich mir irgendwann da Klettverstöße draufgeklebt, bis mich einer auf die Idee gebracht hat, mach das doch mal mit Magneten. Und dann habe ich in die Uhr Magnete eingebaut und diese Magnete sind jetzt auch hier, sodass man eben, dass sie nicht stören und dass aber die Uhr, zack, sich ihren Ort sucht und jetzt auch erst mit richtig viel Druck zu verschieben. Also ich drücke jetzt schon ganz schön fest, jetzt geht es erst und dann fauchte die nicht dauernd. Und der Samtimer hat jetzt den Vorteil, ich sehe natürlich auch die Delayzeit immer gleichzeitig mit der normalen Zeit. Also hier läuft es jetzt 3, 2, 1 und jetzt fängt die normale Zeit an abzunehmen, hab den Zeiger. Und der Nachteil war jetzt da, dass eben der Pauseknopf, den man immer drückt, wenn das Spiel vorbei ist, dass der in der Mitte ist. Da kann ich also jetzt keinen Würfel drauflegen, aber gar nicht schwierig. Man baut sich einfach da so einen Winkel drauf mit ein bisschen Gummi und ein bisschen Kleber dran und dann kann ich hier den Würfel drauflegen. Und dann hat man den immer im Blick, wenn der noch nicht gegeben wurde. Ich finde auch hier dieses haptische Gefühl, wenn ich hier drauf drücke, angenehm, weil hier weiß ich es eben immer nicht so genau. Und wenn die Uhr immer an der gleichen Stelle steht, dann guckt man da auch gar nicht mehr hin. Man würfelt und drückt hier drauf, kriegt das Feedback. Dann brauche ich auch nicht zu schauen, leuchtet denn jetzt hier die LED des Gegners, ist die wirklich an die Uhr. Also sehr, sehr angenehm. So, kleiner Trick noch für alle, das wissen meist die meisten Spitzenspieler gar nicht. Wenn man gespielt hat und der Gegner gibt den Würfel und man passt, dann machen die meisten Leute folgendes. Dann drücken die auf Pause. Und dann ist aber die Delay-Zeit eventuell schon gelaufen. Also ich mache es nochmal. Hier läuft jetzt die Delay-Zeit. So, hier läuft jetzt die Delay-Zeit. Und jetzt sage ich Pass und drücke hier drauf und mache Pause. Beim nächsten Spiel fange ich jetzt an und der Gegner drückt hier drauf, um die Uhr wieder zu starten. Das heißt, die Delay-Zeit, die ich verbraucht habe bei dem letzten Pass, die ist jetzt hier schon weg. Und es kommt viel früher dazu, dass meine Zeit wieder läuft. Jetzt könnte man sagen, ja, beim Anfangszug, da brauchen wir ja nicht so lang. Aber wenn der zweite ist, der dran ist und hat nicht dem Gegner die Uhr gestartet, was man ja häufig nicht macht. Also der fängt an und weiß, okay, die 3-1, da braucht es die Uhr gar nicht zu starten. Das heißt, der startet die für mich und ist jetzt mein zweiter Zug. Und bei dem zweiten Zug denkt man manchmal schon ganz schön lange nach. Und dann ist ja ärgerlich, wenn von der Delay-Zeit schon was weg ist. Deswegen macht der Profi folgendes. Wenn der, machen wir nochmal, so, er kriegt jetzt den Doppler und er sagt, nee, den nehme ich nicht an. Dann drückt er erst seine Taste und dann die Pause-Taste, weil dann ist die Delay-Zeit gelöscht. Und ich habe das nächste Mal wieder die volle Zeit. Ja, ich glaube, das war zu allen Uhrmodellen was gesagt. Und jetzt könnt ihr euch selber aussuchen, was euch am besten passt. Und als nächstes werde ich was erzählen über Scoreboards oder Spielstandsanzeigen. Bei Scoreboards ist es genauso wie bei den Uhren. Da reicht eigentlich das günstigste Modell. Das ist sowas hier, Cutter-Gämmen, ich glaube 20 oder 30 Euro. Das ist alles aus Plastik, aber es erfüllt natürlich seinen Zweck. Es muss ja nur irgendwo in der Nähe des Boards zu sehen sein, wie steht es denn da. Nicht nur für die beiden Spieler, sondern natürlich auch die Zuschauer. Deswegen sind die meist so gemacht, dass man von beiden Seiten das erkennen kann. A, wie viele Punkte spielen die? So, 15 Punkte und dann steht es da genauso. Und dann kann man, irgendwo gibt es noch so ein Ding, wenn Crawford gespielt wird, dann steht hier halt Crawford. Oder Post-Crawford. Manchmal sind da so viele Sachen. Da steht ja sowas wie Money Game, da braucht man das ja sowieso nie. Und hier steht jetzt zum Beispiel Post-Crawford und Crawford. Manchmal sind da so viele Zettel drauf, dass ich das nützlich finde, die meisten wegzunehmen. Weil wann spiele ich bis 25 Punkte, die ich hier drauf habe? Ja, bei der Weltmeisterschaft im Finale. Und dann ist das Ding ja auch immer ein bisschen dicker. Aber hier zum Beispiel, das ist gar nicht gedacht, da was rauszunehmen. Das ist fest einfach. Geht hier schon mal nicht. Also das Ding habe ich dann schnell wieder aussortiert. Das nächste war dann das von Backgammon Galaxy. Das sieht alles schon viel solider aus. Wenn man das anfasst, dann scheppert das nicht so, sondern ist schon so ein bisschen angenehmer. Und das ist völlig okay. Das gibt es in weiß und in schwarz, dass man das irgendwie passend zu seinem restlichen Equipment machen kann. Dann die nächste Variante war die von TakePoint. Weil das ist so mit Sicherheit das solideste, was es überhaupt gibt. Das ist richtig hier Plastik und das steht gut. Und da hat man das Gefühl, das Ding hält eine Ewigkeit. Auch die Karten, die haben einfach eine größere Dicke und fassen sich angenehmer an. Und so auch hier meiner Ansicht nach viel zu viele Sachen, die da draufstehen. Und kann man auch sich rausmachen. Wobei, ich bin gar nicht sicher, ob das hier wirklich zu öffnen ist. Kann aber sein. Habe ich nie ausprobiert. So, das Neueste, was jetzt rausgekommen ist, gerade von Galaxy in dieser Woche ist das rausgekommen. Das gefällt mir sehr gut. Weil hier kann man sehr schön das öffnen. Und da habe ich mir das auch gleich schon reduziert. Ich spiele sowieso immer nur bis 9 Punkte und habe die ganzen anderen Karten rausgenommen. Und dann ist das eben von hier aus gesehen deutlich dünner, was man da mitschleppen muss. Und hat auch keinen so komplizierten Klappmechanismus, sondern einfach nur hier ist so ein bisschen das ausgespart. Und dann steht das gleich. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, was ist die Alternative? Die Alternative, ich benutze das jetzt tatsächlich alles gar nicht mehr, ist das elektronisch zu machen. Und da gibt es dann verschiedene Apps. Die, die ich jetzt habe, ist sogar kostenlos. Gibt welche für Backgammon. Ich hole die gerade mal hoch. Also ich habe das immer hier in meinem Board drin stehen, weil da passt das genau rein. Und dann tippt man einmal hier drauf und hat man einen Punkt extra, anstatt immer so da was umzuschlagen. Häufig vergesse ich dann auch immer, muss ich von der Seite oder von der Seite. Hier ist es einfach. Und wenn man sich vertan hat, swipet man halt in die andere Richtung und geht es wieder rückwärts. Oder wenn man das jetzt dann resetten will für den nächsten Spieler, macht man zurücksetzen. Beides auf 0,0. Und kann den Namen des Spielers eingeben. Hier schreibe ich dann immer im Match auf wie viele Punkte bei meinem Namen praktisch. Das ist gar nicht für Backgammon gemacht. Ich setze den Link in die Beschreibung. Kostenlos sogar das Ganze. Und es gibt aber welche speziell für Backgammon. Zum Beispiel Backgammon Buddy war das Beste, was ich gefunden habe. Das habe ich lange benutzt. Und das hat halt noch den Vorteil, wenn man da jetzt zum Beispiel sagt drauf, dann fragt er nicht nur wie viele Punkte, sondern war das jetzt ein Gammon. Dann sagen wir mal ein doppeltes Gammon hier. Und dann sage ich Add Points. Und jetzt stehen da vier Punkte. Das heißt, nachher in dem Protokoll könnte man dann nachvollziehen, wie viel hat der Spielstand denn Stück für Stück zugenommen. So wie wenn die Leute sich das auf ihren Zettel immer noch aufschreiben. Es gibt ja viele, die schreiben das noch extra zusätzlich auf. Ich mache das deshalb alles nicht, weil bei mir läuft ja eh die Kamera. Wenn es nachher Zweifel gäbe oder Streit darum, wie es eigentlich steht, dann kann ich immer in dem Video nachgucken. Deswegen ist das für mich eigentlich überflüssig. Und hier sieht man jetzt, nachdem ich vier Punkte in einem Fünf-Punkte-Match eingegeben habe, zeigt er da automatisch an Crawford Game. Aber der große Nachteil finde ich, das Ding ist so klein. Das heißt, der Name des Spielers ist auf Video schon nur noch schwer zu erkennen. Und auch die Zahlen sind so klein hier. Wenn ich nochmal zurückgehe auf das andere, dann habe ich halt hier viel größere Zahlen. Und dann reicht mir ein Handy. Bei dem anderen habe ich dann sogar ein iPad benutzt und häufig noch so einen Ständer mitgenommen, damit ich mein iPad da rein klemmen konnte. Und dann stand das da. Und dann war das richtig schön groß, aber zu viel Schlepperei. Deswegen, ich bin mit dieser kostenlosen App jetzt total happy. Wozu benutzt man überhaupt einen Würfelturm oder eine Beffelbox? Die Antwort lautet, man kann damit weniger betrügen. Also wenn man Würfelbecher hat und hat die ohne Lippe, dann gibt es Leute, die sind da sehr geschickt da drin. Zumindest, es reicht ja, wenn jedes zehnte Mal man eher das würfelt, was man haben will. Wenn man den dann richtig reinlegt und den mehr so rutschen lässt oder so, dann fällt das dem Gegner auch nicht auf, wenn das mitten im Spiel ein paar Mal passiert. Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeit nur ein ganz klein bisschen größer ist, dass man eine bestimmte Zahl würfelt, dann hat man gegen so einen Spieler schon keine Chance mehr. Was natürlich überhaupt gar nicht geht, ist so aus der Hand zu würfeln, weil da kann man am meisten betrügen. Ist ja auch gar nicht mehr erlaubt, sieht man überhaupt nicht in Turnieren. Das machen nur die Leute, die zu Hause irgendwie hobbymäßig Backgammon spielen und die betrügen dann ja auch nicht. Aber die Beffelbox ist einfach entwickelt worden, um da überhaupt gar nicht mehr das möglich zu machen, irgendwie zu betrügen. Und wenn man die hier so reinwirft, die Würfel, dann merkt man ja auch, die fallen da so häufig gegen irgendwelche Sachen. Plus, wenn sie hier rauskommen, dann rollen sie ja auch nochmal ein ganzes Stückchen. Meiner Ansicht nach völlig unmöglich damit zu betrügen. Aber es gibt immer Leute, wenn halt dreimal Pasch 6 hintereinander kommt, dass die sagen, ja das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, sowas gibt es ja gar nicht. Und die fangen dann auch an zu argumentieren. Und man solle jetzt auch noch mit Würfelbecher praktisch schütteln und die dann da reinwerfen. Und das ist meiner Ansicht nach ein bisschen übertrieben. Aber warum spiele ich immer mit der Beffelbox? Die Antwort, es geht schneller. Das heißt, wenn ich jetzt die Würfel aufnehme, dann mache ich nur so und dann ist das Ergebnis da. Wenn ich mit einem Würfelbecher spiele, nehme ich die auf, tue die hier rein, muss ja schütteln laut Regeln, muss sie auch rollen lassen, dass sie gegen eine Bande gehen. Das dauert ein, zwei Sekunden länger. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber macht das denn den großen Unterschied? Na klar, wenn so ein normales Match 150 Mal ein Zug da ist, also 150 Mal gewürfelt wird, dann sind das ja 150 Mal eine oder zwei Sekunden. Das sind Minuten und das macht einen großen Unterschied. Deswegen für mich überhaupt gar keine Frage. Ich habe kein einziges Turnier mit dem Würfelbecher gespielt. So, die Frage ist, welches Ding kauft man sich? Ich habe, glaube ich, mit dem hier angefangen. Der ist sehr, sehr solide, dieser Turm. Ich weiß gar nicht, ob es mit Mageneten ist. Nee, das ist einfach nur gesteckt so zusammen. Kann man natürlich immer so ins Board reinpacken. Wobei, in kleinen Boards wird das schon knapp werden, aber in meinem geht es gut rein. Und dann hat es hier unten noch so zwei Sachen, die macht man sich dann eben genauso breit, dass das irgendwo hier reingeklemmt werden kann. Weil die Leute stoßen immer wieder gegen den Würfelturm. Wenn der nicht irgendwie festgemacht ist, fällt der dauernd um. Und deswegen, ich will ihn jetzt hier nicht reindrücken, weil das mein Board schon so ein bisschen ruiniert hat, als ich ihn immer benutzt habe. Und als erstes muss ich mit den tunen, weil der ist jetzt schon wahnsinnig laut, finde ich. Also nur mal vergleichen, eine leise Box. Da hört man fast gar nichts. Also nur die Würfel hoppeln oder auch diese hier. Bisschen lauter, weil Plastik mit dabei. Dann war das Ding noch viel, viel lauter. Und dann habe ich jeden einzelnen dieser Stege da drin beklebt. Mit Tesafilm, sodass das weicher wurde. Und dann wurde es deutlich leiser. Also das ist schon die leise Variante. Plus ich habe ein paar von den Dingern rausgenommen, weil mir war das auch zu langsam. Wenn da nämlich zu viele drin sind, dann braucht der Würfel ewig, bis er durchgeht. Kann man zum Beispiel bei der hier sehen. Weil da habe ich nichts rausgenommen. Also das heißt, ich habe den ein bisschen frisiert und dann wurde er etwas schneller. Ich mache das dann immer gerne so. Ich mache einfach zehnmal hintereinander. Man drückt die Stoppuhr. Zehnmal hintereinander würfel ich und schmeiße sie immer wieder rein. Und dann sieht man ganz klar, ich weiß gar nicht, was die Zeit immer ist. So 2,2 Sekunden Einwurf. Und dann eben 22 Sekunden, wenn ich es zehnmal gemacht habe. Wenn man mehr Dinger da drin hat, dann ist das ganz schnell mal fast 30 Sekunden oder so. So, deswegen bin ich dann wieder von dem abgekommen. Ist mir dann doch zu laut gewesen. Hat mir mein Board zu sehr ruiniert. Dann bei dem hier, der ist halt ein bisschen wackelig. Das heißt, wenn man den auseinander baut, von P40 heißt das Modell hier, dann hat man immer Angst, dass es den kaputt geht. Dann legt man das so in das Board rein. Passt dann bei mir auch. Und hat eben auch den Nachteil, mir zu langsam gewesen. Aber sieht man häufig diese Modelle hier. Dann hat Backgammon Galaxy das hier erfunden. Das hat mehrere Vorteile. Erstens, wenn man das zusammenklappt, mache ich gleich, wenn ich es gezeigt habe, wie es funktioniert. Dann ist das super flach, super leicht. Und das Ding ist super leise und auch noch schnell. Also ich finde den richtig gut. Ich hatte mal eine Phase, wo das immer hängen blieb. Ich weiß nicht, ob ich das falsch zusammengebaut hatte oder so. Und ich weiß, dass sie das jetzt ein bisschen verändert haben. Jetzt ist da der Teil, der hier so nur aus Stoff ist. Jetzt lege ich das mal zusammen. Einfach so Sachen zum Klappen hier drin. Und dann wird das total flach. Und man kann das ins Board reinlegen. Das mache ich natürlich jetzt wieder nicht richtig. Das muss ich erst dahinter. Wenn man weiß, wie man das häufiger benutzt, dann geht das schnell. So, und jetzt ist das Ding super flach. Passt hier ins Board rein. Und die haben jetzt in der neuen Variante diese Dinger hier irgendwo mit Plastik belegt, sodass da der Würfel nicht mehr hängen bleibt. Weil das war irgendwie so ein Material, wie so Samt fühlt sich das an. Da hat es manchmal der Würfel geschafft und blieb einfach in der Schräge da liegen. Und das geht jetzt wohl nicht mehr. Also kann ich empfehlen, ist leise. Und passt auch ganz gut, wenn man so ein Holzbrett hat. Ja, dann will man nicht unbedingt eine Plastik-Würfelbox dazu haben. Sondern das hat so einen Anschein von Leder. Ist aber wahrscheinlich Kunstleder. So, warum benutze ich auch das nicht mehr? Antwort, weil wenn man so eine große Würfelbox hat und die in der Mitte stellt, na dann ist da kein Platz mehr. Das heißt, ich habe hier meine Uhr und da habe ich die Würfelbox. Wohin jetzt mit meinem Scoreboard? Dann brauche ich tatsächlich so ein Scoreboard, was außerhalb steht. Entweder elektronisch dann auf einem kleinen Ständer. Oder ich habe ein normales Scoreboard und stelle es außerhalb. Aber dann brauche ich schon wieder mehr Platz. Und häufig sitzt man in Turnieren oder in Kneipen eng aufeinander. Und man muss dann eben auch immer wieder ein bisschen weiter greifen, ein bisschen weiter gucken, um den Score zu sehen. Ich finde das mit meinem Scoreboard hier im Board super. Und dann geht es aber nicht mit einer Beffelbox, weil die steht dann entweder bei dem einen oder bei dem anderen. Und deswegen habe ich jetzt zwei von diesen, die heißen Quickroll. Die gibt es in Neuseeland für, ich glaube, nur 30 Dollar oder so. Und die sind erstmal leise, die sind schnell. Klar, die sind kleiner, aber diese Öffnung hier, die treffe ich. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal hier daneben geworfen habe. Weil ich brauche sie auch nur hier fallen zu lassen, wenn ich direkt drüber bin. Und die kann man, damit der Gegner glaubt, weil die ja jetzt nicht transparent sind, damit der Gegner glaubt, dass es hier mit rechten Dingen zugeht, einfach aufmachen. Und dann sieht man, ja, der muss erst dagegen, dann dagegen, dann dagegen. Also der hoppelt da genügend durch die Gegend. Hier sieht man, dass da Hohlräume sind. Da habe ich Magneten reingemacht. Also es sind sowieso schon von Haus aus Magneten drin, damit diese zwei Hälften hier zusammenhalten. Und ich habe aber unten noch Magneten reingemacht, damit ich das, früher hatte ich es immer hier, gehabt, aber jetzt mache ich es gerne hier hin. Und dann sucht sich das Ding immer die gleiche Position hier und sitzt da, weil da stößt man eben häufig gegen. Und das Ding hier sitzt fest, da kann ich ruhig gegenstoßen. Da passiert nichts. Und ich habe jetzt eben zwei, weil die so schmal sind, stört das nicht. Dann hat jeder auf seiner Seite. Das heißt, ich würfel hier, der Gegner greift sich die und würfel da. Und so geht es dann eben abwechselnd hin und her. Und hier ist weiterhin Platz. Also für mich die optimalen Variante. Zu Würfeln und Würfelbechern gibt es jetzt wirklich nicht so viel zu erzählen. Beim Beckham benutzt man die sogenannten Präzisionswürfel. Das heißt, das ist nicht wie beim Mensch ärgerlich. Nicht so, dass da was ausgehöhlt wird und dann da Farbe draufkommt, weil dann sind die ja unterschiedlich schwer. Das heißt, da sind bei der sechs mehr Löcher drin. Das heißt, die eins ein bisschen schwerer, dann wird die sechs etwas häufiger fallen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand untersucht hat, dass es dann wirklich so ist, aber beim Beckham hat man nur diese Präzisionswürfel. Die kosten dann, ich weiß gar nicht, 30 Dollar oder so. Und da gibt es unterschiedliche Größen, nämlich die 12 Millimeter, 14 Millimeter, 16 Millimeter. Meist nimmt man so die Mitte, weil die kleinen sind schon sehr klein. Aber die Leute, die so ganz allergisch sind drauf, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht, die bestehen häufig auf kleine Würfel, weil die kleinen Würfel, die rollen halt einfach länger und haben mehr Überschlagungen, als wenn ich jetzt zum Beispiel so einen großen nehme. Das geht schneller, dass der dann wieder liegen bleibt und dann hat er nicht so viel Umdrehung. Und dann könnte man meinen, dass das weniger Zufall wäre. Ich nehme immer die großen, weil ich finde, die großen, die greifen sich besser. Das heißt, immer dann, wenn ich jetzt dran bin und wenn die Uhr dann irgendwann halb abgelaufen ist am Ende des Matches, dann geht es halt wirklich um Zeit. Und dann habe ich zu häufig welche dabei bei den kleinen, wo ich mich vergreife und dann nochmal nachgreifen muss. Und dann kann man ja schlecht gleich auf die Uhr drücken. Es ist ja üblich, dass wenn die Würfel vom Tisch fallen, dass man dann mal auf die Uhr drückt, damit die Delayzeit neu gestartet wird. Aber einfach nur bei einem vergreifen ist das eigentlich nicht üblich. Und das will ich nicht und deswegen nehme ich gerne diese großen Würfel. Ich habe da keine Angst, dass die nicht zufällig genug rollen, weil wenn die eh durch die Beffelbox gehen. Und was ich jetzt festgestellt habe, die Reflektionen sind häufig ein Problem. Das heißt, wenn man das Ganze filmt, dann kommt es häufig vor, dass man den Würfel nicht erkennen kann, weil das Licht da drauf trifft. Und bei denen, die so nicht durchsichtig sind, die sind so durchsichtig, die haben halt den Vorteil, dann kann man sehen, dass da jetzt kein Bleistückchen irgendwie drin ist, sodass die 6 dann doch häufiger kommt. Das kann man hier dann nicht. Aber die Durchsichtigen, die habe ich festgestellt, haben eine häufigere Quote, dass man es dann nicht erkennen kann. Die haben die bei dem letzten großen Turnier in Amerika, ich weiß gar nicht, welches es war, hatten die zwei Würfel und zwar zweimal den gleichen, nämlich die dunklen. Und da haben alle Kommentatoren gesagt, das ist ja Wahnsinn, die lassen sich ja wirklich viel besser erkennen. Das ist eben ein weiterer Vorteil. Wenn die groß sind, die Würfel, dann sind die Punkte ja auch größer und dann ist es auf Video auch alles besser zu erkennen. Und die habe ich mir dann auch gleich bestellt. Bin mit denen sehr zufrieden, habe sehr, sehr wenig Reflexionen da. Und zu dem Thema, ja, man sieht nicht, ob da Blei drin ist. Jetzt habe ich neulich eine Geschichte gehört, dass es so etwas geben soll wie eine Flüssigkeit, die da drin läuft. Das heißt, derjenige, der jetzt betrügen will, der könnte, kurz bevor er dran ist, also kann er so tun, als wenn er überlegt, dass er doppelt, hält er den Würfel eine ganze Weile so und dann würde diese Flüssigkeit da drin in eine Richtung gehen und dann wird er dadurch schwerer. Also ich weiß es nicht. Wenn jemand wirklich betrügen will, dann kann der irgendwie betrügen. Und deswegen, ich bin da nicht so allergisch gegen und denke, es geht immer mit falschen Dingen zu, wenn ich mal verliere oder der Gegner mal ein paar Päsche hintereinander würfelt. So, was nimmt man für einen Würfelbecher? Wenn man jetzt die großen Würfel hat, dann kann man nicht so einen kleinen nehmen, weil da habe ich schon häufig erlebt, dass der irgendwie stecken bleibt und dann weiß man nicht so recht, ist das jetzt ein ungültiger Wurf und der eine ein bisschen später rauskommt als der andere. Also das ist blöd. Hier ist dann der große Unterschied eben mit oder ohne diese Kante, die man da baut. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Hier kann man eben sehen, da kommt eine Kante. Da kann der gar nicht rausrutschen, sondern der wird sich immer hier nochmal überschlagen. Und solche, die die Kante nicht haben, ich habe das für private Zwecke, wenn ich jetzt einfach so zu Hause oder so spiele, dann nervt mich die Kante immer ein bisschen. Und dann habe ich ja gar keine Sorge, dass wenn ich mit meiner Frau spiele, dass wir uns gegenseitig betrügen, dann ist mir das ohne Kante lieber. Und dann ist einfach nur die Frage, ah, wie laut der sein soll. Also ich finde, die sind alle leise hier, aber man hört schon, der hier ist lauter, als wenn er drinnen gepolstert ist. Das ist so ein solideres Geräusch, finde ich. Und am allerextremsten sind ja die von Backgammon Galaxy bei diesen Holzbrettern. Da sind auch diese Würfelbecher aus Holz und dann ist das ein Lärm. Wenn am Nachbartisch damit gespielt wird, kann ich nur mit Kopfhörer spielen. Das ist mir einfach zu laut. Und vielleicht bin ich da auch besonders sensibel als Autist. Aber ich kenne viele Leute, die sich das dann haben polstern lassen innen. Ich weiß auch gar nicht, ob die neueste Variante nicht sowieso schon drinnen gepolstert ist. Ja, also dann die Größe abpassen. Und ich finde, diese habe ich mir von FTH bauen lassen. Diese Würfelbecher, die so ganz dick sind, total angenehm, wenn man große Hände hat, dann liegt der so schön in der Hand. Der ist allerdings sogar so groß, dass er noch nicht mal in mein Board mit reinpasst. Ist dann wieder ein bisschen unpraktisch. Also das ist dann hauptsächlich Geschmacksache. Wenn man jetzt zu denen gehört, die bei jedem Spiel möglichst viel lernen, wollen, dann fängt man an, filmt seine Matches und transkribiert sie nachher, um sie bei XG einzugeben oder einem anderen Programm, um dann zu sehen, wo hat man Fehler gemacht. Also wie filmt man das am besten? Es gibt drei Möglichkeiten. Ich habe auch angefangen, ganz einfach, mit einem Handy. Ein modernes iPhone hat eine unglaubliche Qualität. Das heißt, es kann stockdunkel sein und da ist immer noch ein super Bild zu erkennen. Man hat, wenn man die größeren hat, mehrere Kameras. Das heißt, weitwinklig sind sie sowieso auch bei denen, die nur eine Kamera haben, immer genügend. Und dann braucht man nicht wahnsinnig hoch mit der Kamera. Dann kauft man sich so ein einfaches Stativ. Die kosten, glaube ich, 30 Euro, maximal 40 Euro. Das klemmt man an den Tisch ran. Hier kann man das iPhone ranklemmen. Das ist alles so mit Gummizucht gemacht, sodass es egal ist, wie groß das Ganze ist. Und dann von oben filmt man das Ganze. Hat den großen Vorteil, dass man auch, wenn man Unklarheiten hat, also was ist da jetzt gerade passiert, Regelfall, was hast du gewürfelt, ging es korrekt zu mit dem Würfel, ist ja neben die Beffelbox gefallen, kommt immer wieder mal was vor, wo man denkt, das muss man sich gleich anschauen. Und dann ist es mit dem Handy total angenehm. Man drückt Stopp und kann sich da das Ganze sofort angucken. Das ist mit einer GoPro oder einer normalen Kamera meist schon viel schwieriger. Und Speicher ist auch immer genug. drauf, dann kommt eine Datei nachher dabei raus, die man auf dem Computer überspielen kann, um es dann zu transkribieren. Also eigentlich spricht ganz viel für das Handy. Ich habe letzte Woche mit Tobias Hellwack gespielt. Der hat auch gesagt, überhaupt keine Alternative für ihn. Macht man mit dem Handy, nimmt man das Ganze auf. So, ich hatte dann aber auch ein bisschen das Problem, naja, ich brauche mein Handy ja noch für andere Sachen. Das heißt, ich habe noch eins für die Spielstandanzeige. Oder man will ja dann auch seine Nachrichten irgendwie mal abrufen zwischendurch oder so. Oder das nicht immer jedes Mal deinstallieren. Wenn man nur zwischen den Matches mal seine Nachrichten angucken will, dann muss man ja auch die Kamera da rausnehmen und so. Deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, na, ich mache das mal anders. Dann habe ich mir eine normale Kamera besorgt. Die sind dann meist nicht so weitwinklig. Zumindest hatte ich nicht so ein weitwinkliges Objektiv. Und dann muss man mit dem Ständer ein bisschen höher. Und dann habe ich so ein ganz solides Teil mir gekauft. Weil hin und wieder gab es auch mal Tische, wo meine Klemme nicht groß genug war. Und dann habe ich mir dieses wahnsinnig solide, schwere Ding gekauft. Da kommt dann noch ein 90-Grad-Ausleger hin, sodass das dann eben von oben genau filmt. Und habe damit eine Weile auch gefilmt. Und da bin ich dann auch auf die Idee gekommen, zwei Lampen zu verwenden. Weil ich musste damit so hoch, dass wenn ich dann eine Lampe hatte, dann war die immer im Bild, dann musste ich die ganz schön weit versetzen. Bis dann irgendwann mal mein Gegner gesagt hat, ja, bei dir ist hell, bei mir ist nicht so hell. Und dann habe ich zwei Lampen gehabt, sodass die Kamera durch die beiden Lampen durchgefilmt hat. Und hatte aber auch seinen Wert, weil ich habe, jetzt bin ich wieder auf eine Kamera, habe ich wieder umgeschaltet. Und erkläre gleich was. Und da würde eigentlich eine Lampe reichen. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, ach, eine Lampe ist eigentlich nicht so schön viel Licht. Und jetzt installiere ich trotzdem zwei Lampen, einfach nur, um das komplett hell ausgeleuchtet zu haben. Denn in ganz vielen Kneipen, wo häufig gespielt wird, also bei mir in Hamburg, nee, in Berlin und in Hannover, ist es häufig so dunkel, dass es mich das einfach stört. Und da will ich ordentliche Beleuchtung haben, die Steine sehen können. Und ja, also das war mir dann irgendwann zu viel Arbeit. In Aachen habe ich so gesagt, jetzt ist Schluss damit. Weil bei großen Turnieren ist es auch manchmal so, da kriegt man zugelost. Und dann heißt das Spiel jetzt in fünf Minuten an Tisch 44. Und dann kommt man da hin und dann stellt man erst mal fest, boah, jetzt sitzt man in der Mitte von einem Dreiertisch. Und wo komme ich da mit der Klemme hin? Und dann reicht die Verlängerung zum Strom eventuell nicht. Und so, alles nervig. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen runterfahren mit dem Ganzen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, meine uralte GoPro rauszuholen, die ich vom Drachenfliegen immer verwendet habe. Die Hero Session 5, die ist winzig. Das ist nur so ein kleiner Würfel. Hat natürlich dann kein Display, aber kann man ja immer auf seinem Handy dann anschauen, was da gerade live zu sehen ist. Und da habe ich mir dann irgendwann noch mal so ein kleines Stativ besorgt, sodass ich das irgendwo neben das Board stellen kann. Und dann sehe ich praktisch immer live, ist noch alles drauf. Weil es kommt schon mal vor, das Board wird verrückt oder so. Und dann sieht man, Mensch, da ist die Hälfte gar nicht mehr zu sehen. Und deswegen ist so ein Live-Bild nicht verkehrt. Und der Vorteil aber jetzt von dieser kleinen GoPro Hero ist, die ist so leicht und so klein, dass man sie an die Lampe dran machen kann. Und dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann brauche ich gar kein Stativ mehr, weil die Lampe will ich sowieso haben. Und dann geht das eben so wunderbar. Ich mache einfach mal hier das Licht aus. Jetzt sieht man natürlich nicht so wahnsinnig viel, weil ich ja diese ganzen anderen Scheinwerfer hier drum herum habe. Aber in der Kneipe sagt jeder sofort, wenn ich dann mein Licht anknipse, boah, das ist ja klasse. Hier sieht man ja wirklich viel. Klar wirkt ein bisschen aufwendig, aber so groß ist das nicht. Diese Lampe hier, die kostet 60 Euro. Link stelle ich in die Beschreibung. Und zusammengeklappt. Also die kann man jetzt so stückchenweise wie so ein Zollstock zusammenklappen. Da passen zwei Lampen prima in mein Board rein. Überhaupt kein Problem. Und die GoPro habe ich befestigt mit einem Fahrrad, mit einer Fahrradschelle. Weil für GoPro gibt es ja tausend verschiedene Adapter, um die irgendwo anzubringen. Und dann muss man noch einen Würfel oder irgendwas dazwischen machen, weil die Lampe etwas kleiner ist. Aber gar kein Problem. Wunderbar. Und jetzt kommt nächste Woche raus eine neue GoPro. Und zwar zwei verschiedene. Einmal die GoPro Hero und die andere heißt, glaube ich, nur GoPro. Die kostet 229 Euro. Die ist auch sehr, sehr klein. Hat dann eben nicht die allerhöchste Qualität. Aber für Backgammon reicht 4K ja völlig aus. Und ich nehme, stelle es sogar nur auf HD ein, also auf 1080er Auflösung, weil was soll ich mit so vielen Daten. Und dann kann diese Kleine, kann genug. Die ist nicht ganz so klein wie das, weil da ist noch ein Display dran. Und das ist, glaube ich, ein Versuch wert. Das werde ich ausprobieren. Dass das eben doch ein bisschen angenehmer ist, nicht immer das Handy haben zu müssen, sondern auf dem Display sehen zu können, A ist alles drauf beim Einrichten zum Beispiel. Oder zwischendurch auch nochmal sich das angucken zu können, wenn man da irgendwas nachschauen will oder so. Und man braucht halt noch ein kleines Kabel, damit man das an externen Akkupack dran macht, weil allein die Batterie da drin reicht jetzt nicht, den ganzen Spiel haben natürlich. Ja, das sind so die Varianten. Und der Vorteil mit dem Handy ist eben, dass eine Datei entsteht, weil bei den GoPros entstehen immer mehrere Dateien, also ich glaube, alle fünf Minuten oder so fängt ja eine neue Datei an. Und wenn man die dann einreichen will, also derjenige, der das hobbymäßig macht, dann macht das gar keinen Unterschied. Aber wer zum Beispiel bei BMAB seine Matches anmeldet und dann muss das ja nachher bei YouTube hochgeladen werden, sodass die kontrollieren können, ob die Transkribierung korrekt ist. Und dann muss man da einen Pfeil draus machen und dann ist es wieder ein bisschen mehr Aufwand mit einer GoPro als mit einem Handy, wo man nur eine Datei hat. Dann ist noch so, dass wenn man die GoPros benutzt, dass manche Leute, die einfach auf diesen GoPro kleinen Ständer stellen, und von der Seite filmen. Das geht, für den Hobbybedarf reicht das auch aus, aber wenn jetzt zum Beispiel der Würfel auf der Seite zum Liegen kommt, dann sieht man den manchmal nicht. Hat man aber hin und wieder auch, wenn man von oben filmt, weil Reflektionen drauf sind oder so. Und in den Fällen geht man einfach davon aus, dass der Gegner oder man selber korrekt gezogen hat. Und dann kann man sich ja an der Art, wie man die Steine gestellt hat, sich überlegen, was das wohl für ein Wurf gewesen ist. Aber ich finde es angenehmer, wenn die Kamera von oben kommt und mit der Lampe in der Kombination ist das ja sowieso kein extra Aufwand. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich spiele meist mit Kopfhörer, weil mir häufig die Musik nicht gefällt, die in den Kneipen läuft oder die Nachbarn zu laut reden. Oder, was auch ein häufiger Grund ist, warum ich ihn aufsetze, ist, es gibt Gegner, die verwickeln einen gerne in Gespräche. Und das ist dann auch sehr, sehr angenehm, aber es kommt dann doch häufig dazu, dass man nicht so konzentriert ist, wenn es dann weitergeht. Häufig drückt man dann sogar Pause und erzählt sich noch irgendwas, aber ich finde, der Kopfhörer signalisiert auch dem Gegner, ich will mich jetzt konzentrieren und jetzt gibt es keine Ablenkung. Man kann ja vor dem Match und nach dem Match sich wunderbar unterhalten. Klar, wenn man sagt, ich spiele nicht bei Gämmen, um Leistung zu bringen, sondern einfach nur der Unterhaltung wegen, dann wunderbar, dann braucht man auch keinen Kopfhörer und dann unterhält man sich eben die ganze Zeit. So, was gibt es da für Alternativen? Man kann in den Baumarkt gehen und da diese Gehörschutzschütze sich kaufen, die kosten wahrscheinlich 20 Euro oder so, aber die sind unangenehm zu tragen. Ich habe es ausprobiert und das ist dann irgendwie so ganz hermetisch abgeriegelt, die sind auch nicht sehr komfortabel und so war für mich nicht angenehm. Also habe ich dann irgendwann mal geguckt, gibt es diese Noise-Canceling-Kopfhörer, in welchen Qualitäten und habe sie alle ausprobiert. Das geht so los beim Media Markt für, ich würde sagen, 250 Euro oder so und wird dann immer teurer und die hier von Apple, iPod Max, die sind immer die teuersten gewesen, ich glaube über 500 Euro, aber ich habe es ausprobiert, sie sind auch die Besten. Also das Noise-Canceling ist wirklich auf hohem Niveau. Jetzt habe ich gerade gehört, eine Anzeige gesehen von dem Staubsaugerhersteller Dyson oder so, dass die jetzt auch Kopfhörer rausgebracht haben. Die sind noch teurer und in dem Test hieß es, die seien sogar noch ein Stückchen besser als die Apple-Kopfhörer. Also wer da jetzt das Nonplusultra sucht, kann das ja auch mal ausprobieren. Und die Alternative ist noch, sich Oropax einfach in die Ohren zu stecken. Das Einzige, was mich da stört, habe ich ja als Motorradfahrer praktisch auch immer gemacht und als Schütze, wenn ich Kleinkaliber geschossen habe, beim Schießen hat man ja einen Kopfhörer auf, der filtert nur die Schüsse raus. Das geht wunderbar, auch die großen 45 Millimeter und so weiter. Kein Problem, tut überhaupt nicht weh im Ohr. Der Schuss und das ist richtig laut. Wer keinen Kopfhörer auf hat, ich frage mich immer in den Filmen, wenn man das so sieht und die holen ihre 9 Millimeter raus und ballern damit, das ist mir einmal passiert, dass ich das vergessen habe. Da hat mein Ohr, ich würde sagen, ich habe bestimmt ein, zwei Stunden gedacht, ich kann nie wieder hören und das hat nur gepfiffen, ich habe gar nichts gehört und so. Man kann sich nicht vorstellen, wie laut das ist und diese Kopfhörer filtern das wunderbar raus. Aber es ist eben auch unangenehm, weil ich habe so viel trainiert, dass ich immer den ganzen Tag das Ding anhaben musste und als ich ja nur noch Kleinkaliber geschossen habe, habe ich gemerkt, Oropax reicht, weil der Schuss ist halt nicht so laut. Aber das Unangenehme bei Oropax ist immer, man muss die so zusammendrücken und dann genau den Uhrkanal treffen und damit die sich dann in dem Uhrkanal wieder weiten. Und auch wenn man das häufig macht, das ist immer eine Fummelei und häufig ist ja auch so, der Gegner sagt irgendwas, man hat es nicht gehört und dann mache ich einfach nur, setze den Kopf auf Wasser, ah ja, alles klar, okay, wieder drauf. Und das mit diesen Oropax-Dingern ist nervig. Deswegen gibt es da auch noch eine Alternative, die habe ich mir mal fürs Motorradfahren anfertigen lassen. Man geht zu einem Ohrladen, wo man die Hörgeräte praktisch bekommt und dann kriegt man angefertigt für die eigenen Ohren so Stöpsel und das war beim Motorradfahren super. Die haben da perfekt reingepasst und haben die Geräusche gut rausgefiltert, also auf der Rennstrecke. Das ist auch einfach zu laut, da kriegt man Gehörschaden, wenn man da ohne Hörschutz fährt. Und die habe ich dummerweise verloren, sonst würde ich die jetzt beim Backgammon wieder benutzen. Aber das kann durchaus sein, dass ich das nochmal ausprobiere. Die kosten so ungefähr 200 Euro. So, was gibt es bei den Steinen noch zu beachten, außer dass es eben 50 mm und 45 mm gibt. Also es gibt natürlich auch noch kleinere, aber so bei Turnierbrettern geht man eigentlich nicht kleiner. Oder Reisebretter zum Beispiel, die werden immer ein bisschen kleiner gemacht. Es ist die Dicke, die auch noch ein Faktor ist, nämlich meine Steine sind 10 mm dick und die hier sind 12 mm dick. Bei meinen Steinen finde ich passt das, weil das Gewicht ist in Ordnung und es kommt auch relativ selten vor, wenn man so ein großes Board hat, dass die Würfel auf den Steinen landen. Dann muss man ja nochmal würfeln. Und das ist bei den kleineren Boards häufiger der Fall. Aber wenn dann die Steine etwas höher sind, dann landen die Würfel seltener drauf, weil sie halt häufiger dran abprallen. Das nächste, was man sich fragen muss, ist, will man glänzende Steine oder matte? Meine Präferenz ist ganz klar matte Steine. Als ich in Hamburg gespielt habe, auf dem Galaxy Board, hatte ich glänzende Steine und die Reflexionen da durch das Licht, die sind Wahnsinn. Also überall auf jedem Stein glänzt es und lenkt einen ab. Das Gleiche gilt für die Musterung, die man da haben will. Man kann sie natürlich ganz schlicht in einer Farbe haben, dann sind sie so einen Tick zu langweilig. Und wenn Sie so eine ganz leichte Musterung haben, ist ja auch nett, wenn jeder Stein individuell ein bisschen anders ist, dann gefällt mir das auch. Aber die schwarzen Steine, die ich in Hamburg benutzt habe, die hatten mir zu viele Musterungen. Und dann ist das so laut und so stressig, so viele Faktoren für das Gehirn zu verarbeiten praktisch. Und ein bisschen schlichter gefällt mir da sehr gut. Und die letzte Frage, die man sich noch stellen kann, ist, will man Fingerdisch oder eben Flat? Fingerdisch heißt, dass die so eine leichte Mulde in der Mitte haben. Und das macht es eben angenehm, mit den Fingern da so reinzugehen und die rumzurutschen. Ich hatte Steine mit Fingerdisch und habe gesagt, ja, gefällt mir gut. Sieht ein ganz klein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, weil auch etwas unruhiger durch die kleine Mulde da drin. Interessanterweise gibt es kaum Steine auf dem Markt oder ich habe noch gar keine gesehen, die matt sind mit Fingerdisch. Die sind irgendwie immer glänzend. Aber ich werde jetzt versuchen, bei dem chinesischen Hersteller, wenn ich mir eh meine Steine anfertigen lasse, sie mal auch mit Fingerdisch und matt zu bekommen. Zum Schluss noch, wie versprochen, ein paar Tipps zum Transkribieren. Ich würde es immer mit zwei Rechnern machen, weil man kann zwar mit zwei Monitoren arbeiten, aber man hat dann ja immer nur eine Tastatur und man will ja das Videoprogramm und das Programm zum Eingeben der Daten, also GNU oder XG, gleichzeitig benutzen. Und deswegen ist das nützlich. Ich habe meist rechts den Rechner mit XG. Ich empfehle da den kleinen von Microsoft Surface, weil der ist wirklich super klein. Der hat zwar keinen schnellen Rechner, aber wenn man jetzt nicht auf höchster Stufe irgendwelche Rollouts macht mit XG, braucht man das auch gar nicht. Und dann kann man den auch immer mit dabei haben, weil auf den Turnieren ist es immer so, wenn man rausgeflogen ist, ja, was macht man dann mit dieser Zeit bis zur nächsten Runde. Und ich finde, zugucken kann ich mich nie zu motivieren, weil ich lerne so wenig, wenn ich zugucke. Weil ich weiß ja dann gar nicht, ob der gute Spieler, wenn ich jetzt zugucke, nicht gerade einen Fehler gemacht hat und so. Also manchmal, okay, ist es ein bisschen spannend, weil der Spielverlauf interessant ist und man kann ein bisschen mitfiebern, aber der Lerneffekt ist eher gering. Deswegen nutze ich die Zeit auf Turnieren, die Leerzeit zwischendrin immer dazu, gleich schon anzufangen und meine Videos auszuwerten. Und dann habe ich eben, wie gesagt, rechts meinen Computer, meinen PC mit XG, weil der läuft ja nur auf PC oder man wird, glaube ich, nicht glücklich, wenn man da versucht, das irgendwie auf dem Mac laufen zu lassen. Und links habe ich dann meistens meinen Mac, weil ich eben meistens Macs habe und kann da, wenn ich VLC nutze, das empfehle ich, das ist ein kostenloses Video-Abspielprogramm, kann ich super schnell transkribieren, weil da kann man die Geschwindigkeit bis auf vierfach erhöhen. Wenn man so mit einem Mac arbeitet, dann kennt man immer Quicktime, da kann man das auf doppelte Geschwindigkeit einstellen, aber das reicht nicht, weil man braucht diese ganzen Phasen, wo der Spieler hin und her schiebt und so weiter, da ist vierfache Geschwindigkeit völlig okay. Man hat da auch die Pfeiltasten, um zehn Sekunden vorzuspringen, also wenn man schon so aus Erinnerung noch weiß, oh, da hat der Gegner lange nachgedacht oder ich, dann drücke ich ein paar Mal diese Taste, die mich zehn Sekunden nach vorne bringt, bis ich merke, oh, jetzt liegt da ein ganz anderer Würfelball, dann weiß ich, ich bin zu weit, dann gehe ich wieder einen zurück und dann guckt er wieder auf vierfacher Geschwindigkeit weiter und dann drücke ich eben kurz Pause, Space-Taste in dem Moment, wo ich sehe, jetzt das ist gezogen, um das dann bei XG einzugeben. Und wenn man das so macht, dann braucht man maximal so lange, wie das Match gedauert hat. Also war das Match schon eine halbe Stunde, braucht man eine halbe Stunde zum Transkribieren und wenn die Leute ewig lang nachdenken, dann ist die Zeit eher kürzer, dann kann man das auch schon mal in 20 Minuten schaffen, das 30-Minuten-Match. Wenn die Leute Blitz-Back-Game spielen, dann braucht man länger, weil es einfach zu viel Zeit, die man da mit hin und her springen verbringt. Aber ich empfehle das zu machen, weil man einfach mehr erfährt. Jetzt sagen viele immer, ja, online, da sehe ich ja dann, was ich für Fehler mache und so, aber live, die Fehler, das sind häufig andere. Da hat man häufig Angst, den Doppler rauszugeben, weil man irgendwie auf keinen Fall zu früh nach Hause fahren möchte und so. Und deswegen sahen meine Daten live häufig ganz anders aus, als die Daten beim Online-Spiel. Und erst als ich das dann festgestellt habe, habe ich mich selber gezwungen, das anders zu machen und merke jetzt gleicht sich das immer mehr an und mein Live-Spiel ist jetzt nur noch 0,5 PR-Punkte schlechter als mein Online-Spiel. Beim vorletzten Video hatte ich ja schon stolz erwähnt, dass ich BMAB-Meister geworden bin. Mittlerweile ist auch die Urkunde gekommen. Ich würde das gerne nochmal nutzen, um hier auch nochmal Werbung dafür zu machen. Meldet euch da an, probiert es einfach, weil es ist eine zusätzliche Motivation. Man fährt einfach nur halb so frustriert nach Hause, wenn man alles verloren hat, wenn man eben dann bei der Transkribierung sehen kann, ja, aber ich habe gut gespielt. Oder selbst wenn das auch blöd war, dann hat man eben noch zusätzlich die Information, ja, das kann ich lernen oder die und die Fehler habe ich eben gemacht. Ja, wie angekündigt, das ist wahrscheinlich das längste Ausrüstungsvideo der Welt geworden. Mal sehen, ob am Ende noch irgendjemand ankommt. Aber ich musste es einfach für mich machen. Ich werde jetzt, wenn ich zukünftig irgendwelche neuen Entwicklungen habe, neue Entdeckungen mache, das einfach hier immer als Kommentar unter das Video schreiben, weil es ist unwahrscheinlich, dass ich so ein Video nochmal drehe. Und ich bitte diejenigen, die noch viel mehr Erfahrungen haben als ich oder eben noch viel nerdiger unterwegs sind, einfach ihre Zusatzerfahrungen auch hier in den Kommentaren zu teilen. Schönen Tag, Gruß am Garten.